Als sich die Nomaden der Steppe vor mehr als 5000 Jahren zum ersten Mal auf die Rückengilderpferde schwangen, stand ihnen die ganze Welt zur Eroberung offen. Der berühmteste Krieger unter ihnen, Genghis Khan, schuf das größte Imperium der Geschichte. Selbst heute noch gilt er vielen als rücksichtsloser Barbar, der seinen Terror bis nach Europa trug. Wer waren die Nomaden aber wirklich? Und was können wir heute noch von ihrer Lebensweise lernen? Um das herauszufinden, gab es für den Australier Tim Cope nur eine Möglichkeit. Die 10.000 Kilometer von der Mongolei bis nach Ungarn selbst auf dem Rücken eines Pferdes zu bewältigen. Unter Bedingungen, wie sie auf diesem Planeten kaum extremer sein können. Bislang hat Tim in vier Monaten 1500 Kilometer bis zum Altaigebirge in Kasachstan zurückgelegt. Von hier kann man bis nach Russland und China blicken. Etwa 200 Kilometer von hier, in dieser Richtung, habe ich meine Pferde verkauft. In der Mongolei. Und hier sieht man, wie die Hänge des Altais allmählich in die Steppe übergehen, die sich auf mehr als 8000 Kilometern bis nach Ungarn erstreckt. Als nächstes steht die durch 5.000 Kilometer hartgefrorene Steppe und glühend heiße Wüste. Ich durfte meine Pferde nicht über die Grenze bringen und musste neue kaufen. Die sind noch ziemlich wild und ich bislang kein Topreiter. Ogonyok ist noch jung, deshalb wird der ältere Taskunir mein Leitpferd. Bevor ich mit meinen drei Pferden die nächste Etappe angehe, treffe ich mich mit Aset. Er will mir die kasachische Kultur näher bringen. Das habe ich auch nötig, denn noch weiß ich nicht viel über die Sitten und Gebräuche hier. Zunächst aber muss sich Asets Frau fragen, ob er mich begleiten darf. Die meint, ich könnte ihn bis nach Ungarn mitnehmen, wenn ich will. Aset lebt, wie viele Kasachen heute, in einem Dorf. Im Herzen jedoch ist er noch immer Nomade und sehnt sich nach der Steppe. Er weiß um Ausmaß und Gefahren meines Vorhabens viel besser als ich. Als Begleitung hat er einen Hund, Tigon, mitgebracht. Hier erscheint Aset endlich wieder in seinem Element. Vodka gibt dir eine goldene Stimme. Aset und ich sprechen beide Russisch. Schon bald gesteht er mir, wir hätten uns verlaufen und er habe noch nie in einem Zelt übernachtet. Und wir haben nur einen Schlafsack. Ich würde lieber an der Steppe schlafen, aber Aset besteht darauf, in dieser alten Hütte aus Sowjetzeit zu kampieren, wegen der Wölfe. Sie sind im Winter in Rudeln unterwegs und können uns und die Pferde jederzeit angreifen. Jeder Grashalm, jeder Zweig ist hier von Eis umhüllt. Aset erzählt mir, dass dieses Wetterphänomen alle paar Jahre vorkommt und nur wenige Tiere die Zeit überstehen. Die Überlebenden sind im Frühjahr oft nackt. Sie haben sich gegenseitig die Haare vom Körper gefressen. Etwa drei Tage haben wir niemanden gesehen. Kurz vor Anbruch der Dunkelheit erreichten wir das Dorf Kindikti. Zum Glück zeitgleich mit diesen Hirten, die ihre Herden heimtreiben. Wir folgen ihnen und finden vielleicht so etwas zum Übernachten. Noch ist nicht ans Aufwärmen zu denken. Erst muss ich mich um die Tiere kümmern. Bei den Kasachen kommen die Pferde immer zuerst, denn von ihnen hängt das Überleben in der Steppe ab. Unter Stalins Herrschaft wurden die Kasachen gewaltsam gezwungen, ihr Nomadenleben aufzugeben. Ihrer Tiere beraubt, mussten sie in Kolchosen arbeiten. Annähernd die Hälfte der Bevölkerung starb den Hungertod. Mit dem Ende der Sowjetunion brachen auch die Kollektive zusammen. Die Menschen hier versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen, leiden aber immer noch extrem unter den Folgen der jüngeren Vergangenheit. Die Kasachen glauben, dass Gäste zu bewirken Glück bringt. Schon am Abend erfüllte sich diese Prophezeiung. Ich lieh meiner Gastgeberin mein Telefon und sie konnte mit ihrer Schwester in China sprechen, die sie 40 Jahre nicht gesehen hatte. Beim Klang der Dombra meine ich immer die Pferde zu hören und den Geist der Nomaden zu spüren. Tradition ist aber auch, dass das Nationalgericht der Kasachen, Kosa, mit Pferdefleisch zubereitet wird. Das Schlachten im Winter nennt man hier Sorim. Vorher wurde das Tier im Stall mit viel Getreide und Hafer einen Monat lang gemästet. Und jetzt finden sich hier alle zum Schlachtfest ein. Die Hälfte des Fleisches wird an Verwandte in der Stadt geschickt, wo Fleisch sehr teuer ist. Den Rest behalten sie hier. Die Kasachen glauben, durch Essen des Pferdefleisches ermöglichen sie der Seele des Tieres weiterzuleben. Und nicht alle seine Teile zu essen gilt als Sakrileg. Aset ist jetzt mit mir zehn Tage geritten. Ans Zelt hat er sich gewöhnt. Und Schlafsack und Pferdedecken haben wir immer abwechselnd benutzt. Zum Abschied sagte er, du hast noch einen langen Weg vor dir und brauchst einen Freund, der dich nachts warm hält und vor den Wölfen beschützt. Tigon heißt schneller Wind auf Kasachisch. Er gehört dir. Aset war wie ein Vater zu mir, hat mich unterstützt, wo er nur konnte und weiß, die ersten Tage allein hier draußen werden eine harte Probe. Seit Alters her sind die Nomaden immer im Winter gereist. Auch ihre Kriegszüge führten sie in dieser Jahreszeit. Die Russen können es bis heute nicht verwinden, dass ihr Land mitten im Winter von den Mongolen erobert wurde. Eine Sache, die weder Napoleon noch Hitler gelang. Hier draußen kann ich hartnäher erfahren, was Herz und Charakter dieser Krieger geformt hat. Seit zwei Tagen haben wir etwa minus 20 Grad. Im Winter liegen hier in Ostkazachstan zwei Meter Schnee. Ich muss los, sonst sitze ich hier fest bis März. Gegen die Kälte rieben sich die mongolischen Krieger ihre Gesichter mit Schweinefett ein. Hatten sie Hunger, machten sie einen kleinen Schnitt in die Halsvene ihres Pferdes, tranken ein, zwei Becher schön warmes Blut und konnten so wieder einen Tag länger durchhalten. Als ich nach fünf Tagen in diesem Dorf ankomme, scheint es Menschen leer. Schon bald weiß ich warum. Ich bin hier in Tanzzuk zu einer Hochzeit eingeladen worden. Ein Riesenfest. Bestimmt zwei, dreihundert Leute. Kasachstan ist ein Schmelztiegel verschiedener Volksgruppen, was sich in den Gesichtern der Gäste widerspiegelt. Obwohl muslimisch präsentiert sich das Brautpaar in westlicher Hochzeitgarderobe. Trotz fremdländischer Einflüsse gilt, für die Nomaden ist das Wissen um die Vorfahren Schlüssel zum Wissen über sich selbst und ihr Land. Mein Fleischgericht heißt Jelik, hat die Größe eines Fußballs und ist den Ehrengästen vorbehalten. Jetzt beginnt der Wodka zu strömen. Am nächsten Morgen bin ich weitergezogen, als alle noch einen Kater hatten. Viel Schlaf gab's nicht. Jetzt wieder allein draußen in der Steppe, ohne Freunde oder Familie, spürt man die Kälte noch viel mehr als sonst. Bevor ich mich schlafen lege, werfe ich noch ein paar Knallkörper raus, um die Wölfe zu verscheuchen. Ich hoffe, es hilft. Die Wölfe zu arbeiten. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, 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 ja. Come on. Ah. Hey. No. Ja, ja, ja. No. Ja. Jetzt brutzle ich mir wie jeden Morgen mein Gourmet-Frühstück. Halva. Und wie schon langsam üblich, verbrenne ich mich dabei. Ganz gut. Das Packen ist immer eine Tortur. Dreieinhalb Stunden. Finger und Zähne sind abgestorben, schon bevor ich im Sattel sitze. Ich will eigentlich nur schlafen, muss aber acht Stunden reiten. Bleibt nur, es langsam angehen zu lassen. In der Ferne kann ich jetzt den Barchaschsee erkennen. Die Steppe ist fast schwarz, scheint unendlich. Ich war noch nie an einem Ort, der so leer war. Am meisten macht mir momentan die Kälte zu schaffen. Der See ist zugefroren, also kein Wasser für die Pferde. Schnee gibt's auch nicht. Ich muss aber Gras und Wasser finden und lange hell ist es nicht. In seiner Not weicht Tim von seiner Route ab und reitet zu einem Gleisanschluss in der Nähe. Dort findet er Wasser, aber auch absolute Trostlosigkeit. Diese Männer hier sind anders. Sie leben nicht vom Land, sondern von der Bahn, die Öl, Gas und auch Geld bringt. Deshalb hat dieser Ort keine Seele mehr. Die Kerle saufen die meiste Zeit des Tages Wodka. Unter ihnen fühle ich mich einsamer als je zuvor. Einige sogenannte Jäger nehmen mich mit auf die Pirsch. Jagd auf moderne kasachische Art. Rumfahren in einer alten russischen Kiste und durchs Fenster vielleicht ein paar Enten erwischen. Das war's mit der Jagd. Die Enten sind weg und wir setzen fest. Mit Pferden wäre das nicht passiert. Die Burschen sind echt rau hier. Dieser erzählte mir, dass jemand nachts mein Pferd stehlen wollte. Stimmt. Er war's selbst. Ich hab ihn dabei erwischt. Und dann meinte er, wenn es einem Mann in der Steppe gelingt, ein Pferd zu stehlen, wird er respektiert. Im Gegenzug darf man dann sein Pferd zurückstehlen. Und nicht nur das, sondern auch die Frau des Diebes. Die nächtliche Erfahrung hatte mich ziemlich verletzt. Bald aber war mir klar, dass ich den Leuten einfach vertrauen muss. Als Reisende, als Nomade kann man hier ohne die Hilfe anderer und ohne ihre Gastfreundschaft nicht überleben. Es scheint, als sollen mich all diese Lektionen lehren, dieses Land besser zu verstehen. Und das ist nicht einfach. Die Kasachen glauben, dass die Seelen ihrer Vorfahren in der Steppe weiterleben. Aset riet mir, ruhig in einem solcher Gräber zu übernachten. Der alte Mann der Steppe würde mich beschützen. Einen Monat lang folgt Tim der Uferlinie des 620 Kilometer langen Balchashsees. Reiter und Pferde sind erschöpft und ausgelaugt. Dank frischem Schnee können sie es dennoch wagen, die Beetpark Dalla oder Hungersteppe in Angriff zu nehmen. Den wildesten und einsamsten Teil der gesamten Reise. Die Dunkelheit setzt mir immer mehr zu. Überall wähne ich Diebe, Wölfe, Unholde der Nacht. Seit meine Pferde gestohlen wurden, habe ich einen ständig wiederkehrenden Traum. Ich sitze im Zelt mit meinen Pferden und halte die Zügel ganz fest. Ich weiß, lasse ich los, werden sie gestohlen. Sie ziehen aber immer stärker. Und ich muss loslassen, weil mich die Kräfte verlassen. In diesem Moment erscheint dieser alte Mann. Ich entspanne mich und sinke in wohligen Schlaf. Ich habe das Gefühl, dieser Alte ist mein Schutzengel. Einer jener alten Männer der Steppe, von denen die Leute so oft erzählt haben. Drei Tage vor Weihnachten. Ich bin verzweifelt. Mein Schlafsack ist gefroren, das Zelt zerrissen. Kommt ein Sturm, bin ich tot. Ich vermisse meine Familie wie noch nie und entscheide, den einzigen Ort anzusteuern, den die Karte verzeichnet. Akbar Kai. Frohe Weihnachten. Der Ritt bis hier nach Akbar Kai war der bislang psychisch und körperlich anstrengendste überhaupt. Zum Übernachten muss ich mir diesen Verschlag mit ein paar Russen teilen. Alles Alkoholiker. Das Weihnachtsessen bestand aus einer Taube, die sie auf der Straße gefangen haben. Die Stadt ist schrecklich. Die Stadt ist schrecklich. Tigon! Tigon, komm her! Tigon! Hey, Tigon, Mann! Tigon! In den letzten zwei Wochen sind hier 18 Streune erschossen worden. In der Mine gibt's keine Arbeit. Die Leute hungern und sollen all die Hunde gegessen haben. Nach sieben Tagen finden wir Tigon, gefangen in einem alten Minenschacht. Er war halbtot. Aufgepäppelt haben wir ihn mit rohen Eiern und Wodka. Man nennt dies den Ort, den Gott vergessen hat. Langsam verstehe ich, warum. Statt drei Tage, wie geplant, musste ich drei Monate in Akbar Kai bleiben. Fünfmal wollte ich aufbrechen. Doch zuerst lahmte Taskunir, dann ging mein Petroleumkocher kaputt und schließlich bekam ich die Grippe. Jedes Mal sagt mir die Einheimischen, immer wenn du es in deinem Leben eilig hast, gehe es langsam an. Jetzt weiß ich, was das bedeutet. Hier draußen bestimmt die Steppe, nicht ich. Und wenn ich mich dem Rhythmus des Landes nicht unterwerfe, komme ich nie an. Fünf zermürbende Tage ist Tim unterwegs, als ihm plötzlich die Welt in einem ganz anderen Licht erscheint. Die Morgensonne erhellt die ersten Zeichen des Frühlings. Eine Nomadenfamilie schlägt hier gerade ihr Lager fürs Frühjahr auf. Leben kehrt in die Steppe zurück. Und das Lächeln der Kinder stimmt mich wieder zuversichtlich. Seit tausenden von Jahren sind die Vorfahren dieser Leute auf denselben Fahrten durchs Land gezogen und haben dieselben Lager und Quellen aufgesucht. Es ist Zeit, Jungs. Hey, das ist meins. Welch eine Erleichterung. Der Winter ist vorbei und der Frühling im Anmarsch. Das ist das erste Grün, das ich seit acht Monaten sehe. Es riecht für mich genauso toll wie für die Pferde. Wir können endlich was Gesundes fressen und ich muss mich nicht mehr um Heu kümmern. Für die Mongolen und ihre Tiere muss diese Zeit wunderbar gewesen sein. Mit frischem Grün, Sonne und ausreichend Wasser. Der Frühling ist auch die Zeit zum Kampfer. Aus der Wolle fertigen die Leute ihre Winterkleidung. Von einem Kamel kann sich eine Familie monatelang ernähren. So was nennt man wohl Trampeltier im Wohnzimmer. Eine Unmenge Fleisch. Die beiden Höcker liegen direkt hinter mir. Insgesamt sieben Monate hat Tim für seinen Ritt durch die winterliche Steppe gebraucht. Jetzt erreicht er endlich den Sördaya, dem er bis zum Aral-See folgen will. Auch Genghis Khan hatte hier den Fluss überquert und anschließend die Stadt Otra zerstört. Mit dieser ersten Eroberung legte er den Grundstein für sein riesiges Imperium. Die Brücke ist ziemlich abenteuerlich. Die Pferde gehen da niemals freiwillig drüber. Wir legen jetzt alle meine Decken aus und versuchen, sie so irgendwie rüber zu kriegen. Sie werden dennoch gewaltig Angst haben. Im nächsten Dorf zeigen sich die Leute wie immer unglaublich hilfsbereit. Ich habe mir frische Kleidung geborgt, während sie hinten meine stinkenden Klamotten waschen. Das ist Galka. Sie flickt mir sogar meine arg zerfledderte Hose. Eines schätze ich bei den Nomaden besonders. Sie öffnen dir immer die Tür, rollen dir eine Matte zum Schlafen aus, geben dir Tee und füttern sogar deine Pferde. Sie erkennen die Bedürfnisse eines Reisenden viel besser als sesshaft lebende Leute. Das Unangenehme beim Reiten ist, alle paar Wochen muss man die Pferdedecken waschen, damit sich die Tiere nicht wundscheuern. Zum Glück habe ich Hilfe gefunden. Ehrlich gesagt hat sie fast alles gemacht. Das ist der Kopf des Kamels. Dazu gibt es Nudeln. Das Gericht heißt Bechbarmak. Fünf Finger. Weil man wirklich alle fünf Finger braucht, um es zu essen. Ich stelle mich dabei nicht sehr gut an. Hier sagt man, kommst du das erste Mal als Gast, bist du ein Freund. Beim zweiten Mal gehörst du zur Familie, beim dritten kannst du ewig bleiben. Ich habe hier immer das Gefühl, alte Freunde zurückzulassen. Hier lag einmal das Ufer des Aral-Sees, des ehemals viertgrößten Binnensees der Welt. Heute aber liegt es da hinten, etwa 130 Kilometer entfernt. Dies war einst ein emsiger Fischereihafen. Jetzt ist außer Sand und ein paar alten Schiffen nicht mehr viel übrig. Auf dem Weg vom Aral-See zur Volga muss Tim 1000 Kilometer bei sengender Wüstenhitze zurücklegen. Entscheidend ist, ob er unterwegs genügend Gras und Wasser findet. Im 19. Jahrhundert verlor die russische Armee während ihres Vormarschs nach Zentralasien in eben dieser Wüste 10.000 Kamele und die Hälfte ihrer Männer. Jeden Sommer herrschen hier etwa 40 Tage hintereinander Temperaturen von über 40 Grad. Um der Hitze zu entkommen und Pferde und Hund zu schonen, bleibt nur, dass wir nachts reiten. Möglichst die ganze Nacht. Wir haben Vollmond und es wird bestimmt schön. Es ist etwa 5 Uhr in der Morgen. Es ist etwa 5 Uhr morgens. Ich bin tatsächlich die ganze Nacht durchgeritten. Und jetzt genau in dem Zustand, in dem die Mongolen ihre todbringenden Attacken starteten. Sie ritten auf 2, 3 Tage ohne jeden Schlaf und steigerten sich in einen Irrenrausch. Ohne Warnung machten sie dann das Lager der Feinde völlig nieder. Kein Späher konnte sie rechtzeitig melden, weil sie so schnell waren. Und so kam es dann immer zu diesen schrecklichen Massakern. Ich fürchte immer den Sonnenaufgang. Tagsüber kann ich nicht schlafen. Gegen Mittag wird es 50 Grad heiß. Die Pferde sind so erschöpft, dass sie nicht mehr fressen und immer dünner werden. Auch ich bin völlig fertig. Viel länger halte ich das nicht durch. Ich habe gestern nur 2 Stunden geschlafen und bin wieder die Nacht durchgeritten. Finde ich bis 9 Uhr nicht irgendwo Unterschlupf, werde ich lebendig gebraten. Rettung brachte diese Nomadenfamilie, die mit etwa 500 Kamelen unterwegs war. Wegen der glühenden Hitze werden alle Arbeiten morgens oder abends erledigt. Kamelmilch tut bei den Temperaturen echt gut. Ich mag sie inzwischen sehr. Schön fett und süß. Die Leute machen hier alles aus Kamel. Die Tiere haben hier den Stellenwert, den im Osten Kasachstans Pferde haben. Die Hütten der Familie sind tief in den Boden eingegraben. Nur so kann man hier überleben. Draußen herrschen 50 Grad. Innen sind es immer 25. Erst spät am Abend kommen alle heraus. Die Kamele werden im Mondschein zusammengetrieben und geschlafen wird unter freiem Himmel. Zeit zum Aufbruch. Ob ich rechtzeitig wieder solch eine Hütte finden werde, weiß ich nie. Die Kamele werden gelernt ist Chronische. Die Kamele wird unter犯 again. Die Kamele bund róblich. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich wollte mit den Tieren diese Brücke überqueren. Plötzlich hat ein Pferd das andere nach hinten gezogen und das dritte fiel nach unten durch. Ich dachte schon, es hätte ein Bein gebrochen. Das Tier war zwischen den Trägern festgeklemmt. Mit dem Messer habe ich das Gurtzeug durchtrennt, um es wieder frei zu bekommen. Vor lauter Angst rannte es in einen Sumpf und blieb stecken. Als wir das arme Pferd befreien konnten, hatte es schon fast aufgegeben. Ohne die Hilfe der Einheimischen hätte ich es verloren. 14 Monate brauchte ich für die Durchquerung Kasachstans. Ich habe bei 90 Familien gewohnt und begriffen, wenn sie sagen, Berge treffen sich nie, aber Menschen. Nach der Einsamkeit in der Wildnis gibt es nichts Schöneres, als die Wärme von Familie und Freunden zu spüren. In Kasachstan erlebte ich die perfekte Symbiose von Mensch und Pferd. Wo auch sonst? Letztlich wurde ja hier das Pferd vor 5.500 Jahren erstmals domestiziert. Ich bin nervös. Noch nie zuvor habe ich eine Grenze zu Pferde und mit Hund passiert. Ich muss durch den kasachischen und russischen Zoll. Wird bestimmt nicht einfach. Keiner weiß, wie sie mich abfertigen sollen. Hier kommt nie einer zu Pferde an. Und wie sagt man so schön in Russisch? Der erste Pfannkuchen geht immer daneben. Endlose sechs Wochen sitzt Tim in einem bürokratischen Niemandsland fest. Die Russen wollen die Pferde nicht reinlassen, die Kasachen nicht raus. An dem Tag, an dem sein Visum abläuft, erhält er endlich die Genehmigung. 24 Stunden später und er hätte seine Tiere zurücklassen müssen. Das heißt auf Deutsch, zu Pferde mit einem Hund. Tim hat jetzt Asien hinter sich gelassen. Mit Überqueren der Grenze nach Russland befindet er sich jetzt, geografisch gesehen, in Europa. Astrakhan ist eine alte Festungsstadt an der Volga, die im Altertum fortwährend von Nomaden attackiert wurde. Tim hat ganz andere Sorgen. Russland ist ein echter Schock. So gefährlich wie hier war es auf dem gesamten Trip noch nicht. Tigon fühlt sich auch nicht sehr wohl. Meine Pferde sind zum ersten Mal in einer Stadt. Ich weiß nicht, wer mehr Angst hat. Sie oder ich. Als wir auf der anderen Seite der Stadt ankamen, wurde es schon dunkel. Normalerweise schlage ich mein Lager im Hellen auf und überprüfe vorher die Umgebung. Den Luxus gab's diesmal nicht. Es ist nicht zu glauben. Die Pferde sind weg. Ich war gerade beim Abladen, als sie plötzlich durchgingen. Ich hab mit der Polizei überall nach ihnen gesucht. Keine Ahnung, was ich mache, wenn ich sie nicht finde. Das ist wie der schlimmste Albtraum. Alles, was ich habe. Alle meine Reiseaufzeichnungen. Innerhalb von 30 Sekunden in der Steppe verschwunden. Gegen fünf weckte mich einer der Beamten und meinte, ich hatte einen Traum. Beim Angeln habe ich einen roten, einen braunen und einen grauen Fisch gefangen. Dieselben Farben wie deine Pferde. Ich weiß, wir finden sie. Früh am Morgen haben wir sie dann entdeckt. Ich bin unheimlich froh und sehr, sehr dankbar, dass mir die Polizei so geholfen hat. Gleichzeitig aber auch etwas verlegen wegen der ganzen Sache. Der Winter ist angebrochen. Tim lässt die Wolga hinter sich und zieht westwärts nach Kalmykien, der einzigen Republik Europas mit mehrheitlich buddhistischen Einwohnern. Die Vorfahren der heutigen Kalmyken waren die letzten Nomaden, die von der Mongolei aus durch die Steppe nach Europa einwanderten. Ich bin jetzt an einem der wenigen Orte in der Welt, wo man noch Saiga-Antilopen sehen kann. Vor 15 Jahren zog noch rund eine Million dieser Tiere durch die Steppe. Heute sind es maximal 40.000. Der Grund? Sie werden hemmungslos gewildert, weil ihre Hörner in China sehr begehrt sind, als Medizin gegen Erkältung. Unter dem Sowjetregime wurde die Kultur der Kalmyken fast völlig ausgelöscht und die Bewohner 1943 allesamt nach Sibirien deportiert. Erst 1956 kehrten sie zurück, um ihr Land der Tradition gemäß wieder aufzubauen. Einer der Bewahrer dieser alten Kultur ist Okna. Mit seinen Liedern hat er schon die Hitparaden in der Mongolei gestürmt. Er besingt den Geist der Steppe und fordert, dass sich sein Volk seiner nomadischen Wurzeln besinnt, um seine Identität wiederzufinden. Für die Kalmyken ist Wodka heilig. Bevor sie trinken, opfern sie immer einen Tropfen der Erde, einen den Tieren und einen dem Himmel. Dorja ist einer jener Männer, die mit ihrem Wissen um alte Künste und Fähigkeiten die kalmykische Kultur auch in unserer modernen Welt hochhalten. Meine Mutter hat mich gelehrt, von der Natur nur zu nehmen, was man auch braucht. Die Leute halten mich an, was man auch braucht. Ich bin nicht ververrückt, dass ich heutzutage und in meinem Alter zu Pferden unterwegs bin. Ich könnte ohne Pferde überleben, klar. Aber mit Pferden ist das Leben so viel reicher. Tim beschließt, in Kalmykien zu überwintern und erst nach dem Frühjahrsfest seine Reise fortzusetzen. Tim beschließt, in Kalmykien zu überwintern und erst nach dem Frühjahrsfest seine Reise fortzusetzen. Tim wird fast wie ein Held verehrt, gleicht seine Reise doch der Suche nach jenem Geist der Nomaden, den auch die Kalmykien wiederfinden wollen. Ich habe dieselben Steppen durchquert, in denen viele ihrer Vorfahren auf dem Weg zurück nach Asien vor 200 Jahren starben. Alles, was ich zu erfahren hoffte, scheine ich hier in Kalmykien gefunden zu haben. Ich treffe buddhistische, mongolisch sprechende Menschen, die noch immer in Europa leben. Ihre Ahnen waren die letzten in der Geschichte, die den großen Treck von Asien nach Europa bewältigt hatten. Tims nächstes Etappenziel ist die Ukraine. Hier gerät er in den uralten Konflikt zwischen Russen und Tataren. Als er es am wenigsten erwartet, trifft ihn die grösste Tragödie seines Lebens. Das ist die schlimmste Nachricht meines Lebens. Spannungsprecher Spannungsprecher Vielen Dank.